Das ist Ehringau. Ja, das ist auch von Ehringau. Die waren jetzt dann da. Die Leute sind da. Die Leute sind da. Die fangen jetzt auch wieder her. Ich habe gesagt, wir fangen jetzt draußen rum an. Und ich meine, das war's jetzt. Ich bin am Anfang einmal. Ich bin nach halb Jahren bis zu einem durch. Und um drei Meter zu weit bin ich noch in einem Bauch gefahren und sagen, wie viel ist der Mensch großzeit wo hin und wie lang und was geht. Also die sind nicht sechs. Unglaublich, gell. Das ist so unreal. Das ist... Ich weiß nicht. Voll unreal. Und dass wirklich da Leute ihren Leben gelassen haben, das kommt mir von, keine Ahnung, von irgendwo her. Aber das ist ganz krass. Cool, krass. Ihr habt jetzt alle zusammen. Kennt ihr euch von? Ja, weil ich bin mit den paar Nachbarn und meine Eltern halt. Bei der Mähen haben kein Mambuli vorbeischauen, weil da mein Bruder ja arbeitet. Und dann schauen wir noch einen auf die Rehre. Ja. Das ist ein junger Mann, seine Existenz. Ich meine, das ist ja... Ja.